UNTERTITELUNG 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 des ZDF für funk, 2017 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 Ihr habt den Darm schon draußen gesehen und da seht die meisten Leute im Kanal im Westen, da müssen Sie mal mitgehen. Ich bin zu Hause angekommen. Danach wurde das Fireway Cross, geplant Tana, das Brüte gekreuzt durch alle Schwuchten und die Türen. So, gerade im Battlefield von den Touren von Inverness, jetzt sind wir in Inverness. Man nennt Inverness auch die Hauptstadt. Musik 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 Schuss. Danke. Buntalized. Ja. Tappuntalized. Nein. Buntalized. Aber hier hat er stattgefunden. Speed Bridge. General Wade. Und wir halten hier an. Wir halten hier an. Auf der linken Seite ist die Speed Bridge. Und wir halten hier an. Und der Lachy. Und der Lachy. Der ist weiter vorne weiterhin. Der ist ein besten. So. Jetzt mal links. Neptun Standcase. Acht Loks. Acht Schleusen drin. So. Wir haben jetzt. Weniger Regen. Das wird vielleicht zehn Minuten. Aufhören. Dann wird kurz die Sonne rauskommen. Kurz zuerst Sonne. 20 Minuten. Da hinten. Bis da. Und dann wird es wieder weiter regnen. Bis dahin haben sie zumindest mal. Bis sie liegt. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Es gibt aber eben auch eine interessante Landschaft, wie gesagt, der National Trust for Scotland und es sind bis jetzt in den Zuständen zu sehen. 150.000 Landau und Darkstaunterkommen alljährlich hierher. Glencoe gehört seit 1935 dem National Trust for Scotland, umfasst eine Fläche von knapp 6000 Hektar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der ETIF ist dieser Netz an hier. Der ETIF, auch für den Strom, wie ich so erkenne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Musik